Da sind wir diesmal zu Gast im Tierheim in Freiberg und das ist der OREO. OREO ist eigentlich ein Spanier. OREO sind ja auch diese kleinen spanischen Schokokekse. OREO ist aber ein bisschen heller. Er sucht eine eigene Familie, ist ca. 6 Jahre alt, ist kastriert, ist sehr freundlich, sucht sich seine Kumpels aber so ein bisschen aus, also muss man einfach gucken, ob es passt. Mit Katzen und Kleintieren hat das nicht so. Ansonsten ist es ein super netter Hund, kann gerne auch in der Familie mit Kindern, ist sportlich gerne unterwegs, will viel laufen, spielt viel und sitzt hier in Freiberg und wartet auf eine neue Familie.